Hallo Freunde der Kräuter! Letzte Woche sprach ich ja über ein saures Kraut, über den Sauerampfer. Diese Woche begeben wir uns in ein ganz anderes Geschmacksspektrum. Es geht hier im Video um was Scharfes. Es ist genauer gesagt eine Brunnengrässe. Ich stelle sie euch hier im Video vor. Es ist keine normale Brunnengrässe, es ist was in Anführungszeichen Besonderes. Das ist der Inhalt dieses Videos. Das ist jetzt eine spezielle Brunnengrässeart, das ist die kleinblättrige Brunnengrässe. Im Gegensatz zur sogenannten echten Brunnengrässe ist es eine Variante, eine Sorte, eine Art, die ganz gut geeignet ist, um in einem Topf angebaut zu werden. Botanisch heißt sie Nasturtium Macrophyllum. Macrophyllum bedeutet auch übersetzt kleinblättrig, das ist sie aber gar nicht. Sie ist eher kleinblütig im Vergleich zu der echten Brunnengrässe. Sie bleibt aber insgesamt sehr kompakt und wird nur zwischen 10 und 20 cm hoch. Sie ist eine einheimische Staude, die wie die andere Brunnengrässe auch an sehr feuchten Stellen wächst. Sie wächst an Seeufern, in Teichen, an Quellen, an Flussrändern, in Senken und auf Feuchtwiesen. Und das vor allem eher in Süddeutschland. Wie die echte Brunnengrässe auch, ist die kleinblättrige Brunnengrässe ein Kreuzblütler und somit verwandt mit Rettich, Radieschen, Meerrettich und auch Senf. Und besitzt ebenfalls Senföl, Glykoside und das macht die ganze Pflanze insgesamt aromatisch, aber auch so senfscharf. Ich habe mir einfach mal ein Blatt abgemacht und probiere das. Ja, es schmeckt ganz, ganz stark nach Grässe und würzig, scharf. Es steigt so in die Nase, ist aber sehr schmackhaft, finde ich. Brunnengrässe ist generell sehr gesund. Neben den Senföl-Glykosiden beinhaltet Brunnengrässe auch Bitterstoffe, Gerbstoffe, Zucker, ätherische Öle, Vitamin A, B1, B2, Vitamin C, E, Mineralstoffe wie Eisen, Jod, Phosphor, Calcium. Und war früher ein wichtiger Vitamin C-Lieferant, das ist aber heute nicht mehr wirklich relevant. Wie gesagt, die kleinblättrige Brunnengrässe wächst ganz gut in einem Topf. Da braucht sie recht viel Wasser. Beste Kulturmöglichkeit ist es einfach, einen ausreichend großen Topf, 20 cm Durchmesser, in einen sehr viel größeren Untersetzer zu stellen und er auch so zu gießen, dass der Untersetzer auch recht oft mit Wasser gefüllt ist. Am besten gießt man dann alle so zwei Wochen, sodass dann halt auch wieder Wasser im Topf und im Untersetzer drin steht. Brunnengrässe mag generell keinen vollsonnigen Standort. Das ist eher so ein halbschattiger Standort. Und es will halt vor allem, die Pflanze will vor allem ein bisschen kühlere Temperaturen. Und ich habe mir auch überlegt, diese Brunnengrässe im Kübel anzuziehen und zu kultivieren. Und möchte es ähnlich wie eine andere Pflanze dieses Jahr unten im Keller machen, in einer Growbox mit Pflanzenlicht, wo es halt ganzjährig recht kühl ist, ganzjährig auch recht feucht ist, weil da unser Keller einfach feucht ist. Und so einfach die Brunnengrässe da unten zu kultivieren. Das soll auch so ein Dauer-Video-Projekt werden dieses Jahr. Und ihr seht es dann in den nächsten Wochen, wie ich die Pflanze kultiviere. Ich denke mal, da muss auch einmal im Monat so leicht gedüngt werden. So eine Brunnengrässe hat jetzt nicht unbedingt so einen starken Nährstoffentzug. Und das sollte dann da unten auch passen. Jojojo! Und das war mein Video zur kleinblättrigen Brunnengrässe. Hat es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche beim neuen Video. Ich gucke mal. Ah ja, Perilla. Seid gespannt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht es gut. Tschüssi.